hallo und herzlich willkommen meine lieben ja das ist mal wieder der berühmte kurze anteaser zum heutigen live um 20 uhr 30 zum einen hoffe ich dass das heute problemlos klappen wird mit dem streamen auf twitch youtube und die live und dass ich das auch mit den chats ordentlich koordiniert bekomme das ist jetzt die erste sache die auftaucht sie ein bisschen fraglich ist in ihrem fall wird bei youtube und twitch scheint es zu funktionieren und ich hoffe dass die live auch noch weiter funktionieren wird ja ich habe mir heute ein paar themen ausgesucht zum einen werden wir wieder über die zahlen und daten sowie die karten vom rki dem die wir register gehen wir werden uns noch mal die helios kliniken genauer angucken dann werden wir den influenza wochenbericht der kalenderwoche 2 noch mal überfliegen und ich werde das thema der mutationen noch mal aufgreifen und ein paar fragen die in dem zusammenhang die testung bezüglich aufkommen ja auch nicht nur bei mir sondern auch bei anderen dann werden wir noch mal im live so ein bisschen ja allgemein themen mit euch zusammen behandeln so zum beispiel die ja die landkreise von euch die von euch gewünscht werden mal ein bisschen genauer angucken wieder das wird dann heute die haupt thematik im live sein ziemlich zum schluss wird dann auch noch mal so ein bisschen bekannt gegeben was im moment so in planung ist was in nächster zeit ja wenn es alles so klappt wie es gedacht ist noch auf euch zukommen wird da sind in jedem fall auch einige interessante sachen dabei und in dem sinne bedanke ich mich jetzt erstmal für eure aufmerksamkeit ich hoffe euch nachher im live auch begrüßen zu dürfen wie gesagt um circa 20 uhr 30 werde ich den live starten und ja hoffe dass wir dann wieder einen interessanten live heute ausgestalten können in dem sinne bedanke ich mich jetzt für eure aufmerksamkeit ich wünsche euch noch einen schönen abend und hoffe dass wir uns nachher wieder sehen bis dahin euer mike